Was geht Leute? Willkommen zurück zu Fallout 3. Und ja, wir suchen immer noch den verkackten Androiden. Und nein, ich kann ihn immer noch nicht finden, weil unsere Fähigkeiten irgendwie voll für den Arsch sind. Und ja, ein Kumpel hat mir wieder einen Tipp gegeben. Juhu! Und zwar meinte er, dass alle Doktoren, die es gibt im Spiel, haben so ein Lockband oder so. Marketplace Close. Mann, ich wollte dich gar nicht ansprechen. Tschüss, ich wollte raus hier. Warum gehst du mir überhaupt den Weg? Und zwar, jeder Arzt hat so ein Logbuch sozusagen, wo er immer reinredet, ja? Und ich sollte auf jeden Fall den Arzt... Oh, warte mal kurz. Ich soll den Arzt in... Wo war das? Megaton, genau. In Megaton besuchen gehen, um dort nachzufragen, ob der so ein Teil hat. Und das machen wir, und wenn das nicht klappt, ja, dann sage ich erstens meinem Kumpel, dass er Unrecht hatte, dass es klappen wird. Und zweitens, ähm, suche ich den dann gar nicht mehr. Was ist das hier? Anna Kostia Crossing. Was ist denn das hier? Oh, Alter, haben wir schon... Uh, haben wir schon so viel? Washington Monument. Da müssen wir auch noch hin. Jetzt muss ich nur kurz nochmal... Wilhelm Metro Station, Super Supermarkt... Megaton, da müssen wir kurz mal hin. Da reisen wir hin, gehen zu diesem einen Doktor, und da müsst ihr auf jeden Fall was wissen. Ich hoffe, unsere Sprache ist so ausgefertigt, ja, dass wir den halt umtüber... Was, ist schon dunkel? Naja, okay. So, der Doktor, der... Der Doktor, der wohnt ja... Da rechts. Naja, was heißt wohnen? Also, der müsste da drinnen sein. So. Magaton Klinik. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Typ was weiß oder nicht. So. Bla, bla, bla. Oh, sch... 18% nur. Wir versuchen's. Ich bin nicht leicht. Schade. Das ist... Schlecht. Das ist echt schlecht gerade gewesen. Kaputtes Terminal. Wofür sind die, wenn wir mit dem Band laufen? Ja, na. Ach, sei ruhig. Sei ruhig. Koffer leer, Metallkiste, bla, 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 bla. Was ist das hier? Hintentür. Patient. Patient. Okay. So, geh mal weg hier. Ich will deine... Hey. Wo? Ey. Greif mich doch nicht an. Ja, macht. Macht sogar sehr viel Spaß. So, jetzt am besten wir reisen. Alter, ich will es nicht. Es können nicht schnell fortbilden, wenn wir Feinde in der Nähe sind. Niemand wird angriffen. Ihr greift mich doch an. Was wird euch falsch? Leute, seid zivilisiert. Hallo. Was ist mit euch falsch? Ne, jetzt mal wirklich was mit euch falsch. Ich hab gar nichts getan. Ich hab mir nur einen Stimpug ausgeliehen. Was soll denn das? Alter, richtiger Rassismus hier. So, jetzt müssen wir uns ganz schnell verpieseln. Sonst wären wir hier noch ab... Alter. 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 Yeah. Jump down. Turn around. Juhu. So, wir schaffen sicher eh nicht raus. Außer ich nehm jetzt irgendwie einen Stimpug oder so. Aber wenn ich rausgehe aus Magaton, dann verfolgen die mich doch so oder so immer noch. So, wartet mal kurz. Da. Hilfe. So, weiter geht's. Hallo, liebe Frau. So, wir sind gut um die Ecke gekommen. Ah, ich glaub nicht, dass die uns jetzt noch bekommen. Komm schon, zur Tür schaffen wir es. Oder zum Tor. Oder was auch immer alles. What the fuck? Da ist auch noch einer drauf. Alter Falter. Schnell weg. Äh, und... Ja. Na los, lade jetzt. Okay. So, hier sollten keine Feinde sein. Schnell, bitte lass mich nach da reisen können. Ja. Ja. Danke. Wir haben's geschafft. Seht ihr, Leute? Wir haben geklaut. Haben's geschafft, wegzufahren. Ich hoffe bloß, die Leute sind sauer auf mich jetzt in Magaton. Sonst muss ich doch noch alle abknallen. Okay. Wir gehen zu dem Psycho auf der anderen Stadt. Aber dir sollte ich doch was geben, wa? Bitte. Bitte. Ich brauch Wasser. Ach. Sie meinen... Sie wollen nichts. Ich kann es einfach so... Ja. Wirklich. Im Ernst. Toll. Sie haben Karma dazugewonnen. Na endlich. Bekommen wir auch mal etwas Karma dazu. Nicht, dass wir immer den Bösen spielen. So, der Typ zieht weiter. Kann ich das hässliche Vieh hier beklauen oder so? Nee. Boah, das kann sogar rennen. Das fette irgendwas. Komm mal her, du... Suchen Sie nach etwas Besonderem? Suchen Sie nach etwas Besonderem? Ja. Achso, nee, das wollte ich nicht wissen. Ich biete einen heißen Tod mit ganz verschiedenen aufregenden Geschmäckern. Jo, sehe ich gerade. Rösti. Nee, der interessiert mich nicht so sehr. Mikrofusionszelle. Raketenwerfer. Raketen 72. Ich müsste kurz mal gucken. 221 hier. 32 Punkt Kaliber brauche ich. Genau, das wär's. Oder? Nee, das wär's nicht. 308 Kaliber Schuss. 32 Kaliber Schuss. Doch, das wär's. 232 haben wir jetzt. Danke. Wie mach ich weg? X. Ein weiterer zufriedener Kunde. Na, ob ich zufrieden bin, das wird sich ja noch hier nennen, ne? Ähm, nee. Ob ich was davon... Nee. Ich will nix repariert bekommen. Ich hab alles in Ordnung. So, jetzt gehen wir weg am besten. Wir müssen jetzt dort auf die andere Seite. Ach, wir verschnellern das ein wenig so. Nein! Oh, ich hab auch die Kunst immer daneben zu springen, wa? So, wir schwimmen jetzt da hin und gehen zu diesen Pinkelten oder wie der auch immer heißt. Der Typ, vielleicht weiß der ja jetzt was. Oder sagt uns wenigstens was. Oh, Mann, Leute. Das ist so anstrengend mit den Androiden. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte hier so, zack, zack. Und wir haben den. Kannst du springen? Ja, kannst du. Wow. Wenigstens eine Sache, die du noch kannst. So, zum Glück haben wir diese Tür. Können wir direkt... Na los, komm. Direkt zu ihnen geradeaus reingehen. Vielleicht weiß der ja was. Vielleicht hat der ja Informationen oder so. Ich hoffe es. Naja, kacke, wenn da keiner jetzt hätte. Den ganzen Weg umsonst gelatscht. Einmal nach Mergetunen und wieder zurück. So. Der wohnt doch hier, oder? Der sollte... Doch, der sollte... Doch, der wohnt genau hier. Perfekt. Hab ich mir noch ganz gut gemerkt. Da steht wahrscheinlich oben der Typ. Doch nicht? Ja? Doch, der... Da. Renn nicht weg. Okay. Soll. Er sagt mir wahrscheinlich... Okay, er sagt mir auch nichts, ja. Aber. Aber. Wenn er ein Terminal hat, dann könnten wir es hacken. Wenn er eins hat. Und er hat eins. Das ist sicher, wenn er ein Terminal ist. Also keine Idee. Kampf mit... Wo soll er denn den Schlüssel versteckt haben? Und warum funktioniert das Terminal nicht mehr? Hab ich das mal verkackt? Altmetall. Wunderkleber. Äh, Cherry Bomb. Bla, bla. Kernspaltungsbatterie. Kamera. Kernspaltungsbatterie ist ja ganz interessant, weil das ist ja sozusagen ein kleines Atomkraftwerk in so einem Teil. In so einer Batterie. Aber wo soll der Typ denn bitte hier irgendwo einen Schlüssel versteckt haben? Okay, hier hat er die Leiche, ja. Was ist das hier? Washington... Was? Nehmen Sie Washingtoner Zeitschrift für Innere Medizin? Ja. Blutpaket brauche ich nicht. Privatcomputer. Den kann ich ja nicht öffnen, weil ich den Schlüssel ja nicht habe. Und... Na los, komm nach oben hier. Wie soll ich den denn auch öffnen, wenn ich keinen Schlüssel habe? Wo sollen der auch hier einen Schlüssel haben? Ich glaube nicht, dass er den jetzt irgendwie dort irgendwo versteckt hat und noch so easy. Das wäre ja viel zu einfach. So, Aschenbecher ist auch nichts. Ja, ich weiß nicht. Am besten... Ja, ne, keine Ahnung, Leute. Ich glaube... Ich glaube, wir machen das jetzt ganz easy. Und zwar, wir gehen jetzt erstmal hier. Ah, jetzt habe ich noch nicht mal die Tür getroffen. So. Jetzt gehen wir da geradeaus, gehen raus und gehen am besten zum Washington Monument schon mal vor. Oder gehen da einfach hin. Weil wir wollen ja auch endlich mal was schaffen und nicht die ganze Zeit diesen blöden Androiden suchen. Und zwar, wir mussten doch... Die Hauptmission ist ja, dass wir zum Washington Monument müssen. So, jetzt gucke ich nochmal nach. Radio, ne. So. Aufgrund von Sicherheitsproblemen muss er das Kennwort für das Terminal des Eingangs. Genau. Ich glaube doch, das sollte das... Selbstabschiedung für ein Mann. Angela und Diego. So. Ähm, jetzt nochmal hier, ähm... Die Welt. Lokale, Weltkarte. Ne, das ist... Aufgaben. Ihhh. Geil. Hey, ich muss das Museum gar nicht besuchen gehen. Das ist doch gut. Und zwar muss ich jetzt zum Jackson Memorial. Das ist auch gut, ja. Können wir dort eigentlich direkt reingehen und nachgucken, ob da unser Papa ist. Woa. Oder auch nicht. Ich will doch nicht kämpfen. Du willst kämpfen. Du hast mich angeschossen. Was soll das? Geh weg. Jefferson Memorial. Was ist das, Alter? Das ist doch kein Memorial mehr. Das ist ein... Irgendwas. Alter, Falter. Wie soll ich denn da reinkommen? Da ist doch gar kein Eingang. Und hier sind noch mehr Gegner. Toll. What the fuck? Geh weg, Super Mutant. Ey, Leute, ne. So. Alter. Ihr frisst aber auch Blei, wa? So, jetzt gib mal schön das Ameisenfleisch. Ja, das werde ich jetzt erstmal fratzen. Aufgaben, lokale Daten, blablabla. Ah, Hilfe ist das, wa? Ameisenfleisch. Stimpak erstmal. Ameisenfleisch. Wo war denn das jetzt? Ach, da oben. Nein, jetzt habe ich noch aufbereitetes Wasser getrunken. Egal. Ja, mit Splittergranaten wirft die Pussy. Das ist ja gemein. So, jetzt gehen wir da nochmal runter. Wie sollen wir denn da reinkommen? Das ist doch verrührt. Alter. Ne, da komme ich doch gar nicht rein. Das ist alles hier sozusagen abgesperrt. Gift Shop. Guckt, Leute. Der Typ ist da irgendwie reingekommen, aber eigentlich nicht wie. Ich glaube, wir laufen erstmal mal eine Runde, um nachzugucken, ob wir dort irgendwie reinkommen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob wir das Galaxy News Radio Mission, Mission, die machen wir auf jeden Fall irgendwann mal später. Um das Signal dafür, die zu verstärken. Aber erstmal will ich jetzt hier in das Gebäude rein. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob wir da reinkommen. Oder ob wir nur von einer Seite reinkommen. Oder ob wir auch von der anderen Seite reinkommen. Weil irgendwie gibt es hier keine Reinkommen-Möglichkeit. Das sieht gerade Todeskacke aus. So, dort ist ja River City. Dort erkennt man es dort. Dort hinten. Aber trotzdem. Wie soll ich denn hier reinkommen? Hä? Da gibt es locker keinen Eingang für. So, hier werden wir zwei Personen angezeigt. Ah, das ist ganz stimmt der Waffenhändler. Aber trotzdem. Leute, wie soll ich denn da rein? Also, dort ist wieder so ein Aufstieg nach oben. Ja, ich gehe mal da nach oben. Es gibt ja keinen anderen Eingang hier. Wie bist denn du gestorben? Hab ich dich auch erschossen? Nee. Eigentlich nicht. Also, du warst nicht mein Typ. Eigentlich nicht, nein. Da brennt es hinten sogar. Okay. Okay, aber erstmal müssen wir jetzt überlegen, wie wir da reinkommen, ja? Also. Washington Memorandtorial. Wie komme ich da rein? Was ist denn das jetzt? Achso, das ist die hier. Okay. Das ist natürlich sehr nett, aber trotzdem weiß ich nicht, wie ich da reinkommen soll. Es gibt es nie im Leben einen Eingang dafür. Hallo. Wie ich dich beklauen kann. Was hast du denn, du Stimpak? Diagramm Rösti. Wir halten Sie Ihre Hände bei sich. Ja, 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 ist okay. Sorry. Tut mir leid. Ich wollte nur nachgucken, nachprüfen, was du hast. Ey. Aber okay, vielleicht ist es ja so eine Art, ähm... Labyrinth, dass man dort irgendwie so... ...komisch rein muss. Also so zwischen den Teilen hier hindurch. Ich weiß nicht. Ich versuch's einfach mal. So, wir gehen jetzt hier lang. Dann... Nee, das ist so eine unsichtbare Wand. Da komm ich gar nicht lang. Ich komm da gar nicht rein in das Washington Moment, Ariel. Nee, wartet mal, Leute. Hä? Warum? Wie soll ich denn da... Das geht gar nicht. Nochmal. Ja, dahin reisen. Wir reisen jetzt dahin. Ja, wir sind jetzt da. Okay. Wir sind da. Hallo. Und jetzt sagt mir bitte... ...wie ich da reinkommen soll. Ah! Okay, hab ich gar nicht gesehen, die Tür. Oh Mann, haben wir eine Runde umsonst gelatscht? Sind wir eine Runde umsonst gelatscht? Naja. Der ist gerade gestorben worden. Was bist du? Alter! Äh! Was bist du? Zentau? Keine Ahnung. Baller es einfach ab, ey. Verkrüppelt hab ich dich. So. Okay. Ich glaub... Wartet mal, Metrod. Schachtelzigaretten, mit dem kann man gut handeln. So, jetzt müssen wir kurz aufpassen. Es wurde hier auch noch geschossen, hab ich gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist oder nicht. Ah, okay. Dort, dieses Geschützteil, da. Das müssen wir auch noch kaputt machen. Oder wir gehen irgendwie an den Teil kaputt. Nein. Bitte, visier mich nicht an. Bitte, wieso mich nicht an. Aua. Okay. Hm. Okay, das Teil hat mich anvisiert. Das heißt, wir müssen... Zack. Okay. Wir sind im Washington Mementorial, ja? Und wir sollen hier nach unserem Vater suchen. Also Leute, ich glaub nicht, dass da hier irgendjemand drin ist. Pumpensteuerung. Hm. Interesting. Wir gehen da mal rein. Vielleicht finden wir ja doch noch was. Was? Hier? Das ist sicher unser Vater nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir hier überhaupt ankommen. Pumpensteuerung. Was ist denn das jetzt hier? Ja, da komm ich raus, sicher, wa? Ja, genau. Sie können das jetzt nicht verwenden. Was ist das hier? Locked. Er erfordert Schlüssel. Toll. Unlocked. Okay, wir müssen da doch nochmal zurück. Also ich glaub nicht, dass der in Washington Mementorial drin ist, unser Papa. Wir müssen dieses Geschütz irgendwie ausschalten. Letztes Mal hatten wir ja das Problem, dass ich eigentlich alle Fähigkeiten auf 50, also Wissenschaft und Knacken, auf 50 gemacht habe. Und der ist nicht erkannt. Oder plötzlich hatten wir nur noch 46. Minus hatten wir. Warum auch immer. Verstehe ich gar nicht. So, jetzt müssen wir erstmal wieder aufpassen. Hier links werden wir ganz schön mit der Hand geschossen. Hä? Wo ist das hin? Wo ist das Geschütz hin? Toll. Okay, da lag ein Supermutan. Ich höre noch was laufen. Ah, da, unseren Kumpel. Tschüss. Einen Schuss musste ich jetzt verballern für den, ey. So, was haben wir jetzt hier alles? Interesting, ey. Was wir alles... Alter, was wir hier jetzt alles haben. Magnum Schuss. Wieder 10 Millimeter. Wieder Red Away. Weiß ich nicht, ob das Platz wegnimmt. Ne, nimmt keinen Platz. Das Essen war gleich alles. Spachtel brauche ich jetzt nicht. Unbedingt. So, fressen wir jetzt erstmal. Ne, wo war das in Hilfe, wa? Genau, Blutpapé, Fleischwinkboden. Mh, das schmeckt lecker. Mh, 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 mh. Sehr lecker. Haben wir gleich wieder volles Leben. So, Koffer. Hier haben wir ein Baseball. Was ist das hier? Maschenbecher. Pümpel. Gestrierkasse. Also hier ist gar nichts. Ja, wartet. Vielleicht ist hier noch etwas. Irgendein Brief oder so. Das wäre hilfreich. So, Zentaur. Der hat auch nichts. Oh, das ist doch etwas größer hier. Medizinisches Clipboard brauche ich nicht. Okay, auf jeden Fall. Also hier waren schon mal Leute. Und dort sind schon mal Gegner wieder. Da. Hey, mein Kumpel. Siehst ja gar nicht so freundlich aus. So, erstmal schießen wir euch ein wenig an. Jetzt zuckt da seine Waffe. Jetzt lade ich erstmal nach. So, ich bin ein wenig unfair gegenüber dem Mutanten, weil ich ja eine etwas bessere Waffe habe. Schätze ich mal. Nein, ich will nichts mehr von dir. Was? Ich bin überlastet. Ich bin gar nicht überlastet. Was habe ich denn aufgesammelt? Habe ich jetzt eine Waffe noch mitgenommen? Ja, könnte. Nein, habe ich gar nicht. Oh, Kampfmesser brauche ich gar nicht. Ja, ich finde. Ja, okay. Komisch. Kochplatte. Gar nichts Interessantes gibt es hier drin. Nur leere Akten, Schränke und sonst noch für ein Bullshit. So, hier höre ich sogar ein Radio jetzt noch klingen. Da ist wieder ein Super-Mutant. Der hat sogar eine Keule. So, lass ich dich mal näher rankommen. Oh, das ist... Oh, das ist weh. Au, 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 au. Das hat sich ja weh getan. Das hat sich ja weh getan. Aua. Nagelbrett. Den kannst du behalten. Aber ey, hier gibt es echt nichts. Hier gibt es die ganze Zeit nur diese Stände. Ey, mein Kumpel. So, ob ich deinen Kopf treffe? Ob ich deine Waffe treffe? Ne, eigentlich will ich dir ja Schaden machen. So, verkrüppelt. Ey, ihr stirbt ja so einfach. Na los. Splittergranate hast du. Eine dabei. Ist auch okay. Kann ich mich noch zufriedenstellen. Rundbau. Also dort geht es raus. Rundbau. Okay. Leer. Alles ist leer. Hier gibt es nichts. Keller der Denkanlage. Denkmalanlage. Sorry. Habe ich mich gerade ein wenig verlesen. Ja, Leute. Denkmalanlage, ne? Oh, Sprecheranlage. Ja, die Sprecheranlage reagiert nicht. Und da lachst du noch, wa? Ja, Leute. Wir gehen nächstes Mal auf jeden Fall in die Keller der Denkmalanlage. Sorry, dass die Parts ein wenig kurz geworden sind. Morgen habe ich auf jeden Fall ein etwas mehr Zeit. Hoffe ich. Und jo, wir sehen uns dann, ne? Bis denne. Ciao. Haltet den Kopf steif. Hoffe ich. Yeah. Okay. Ciao. Bis denne.